Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab April 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf Pempelfort. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 32 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 585 Euro. Wir freuen uns Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017